Wink mal in die Kamera! Nein! Kannst vorfahren, gehts! Komm, mach mal los! Herzlich willkommen meine lieben Freunde zum neuen Youtube Video! Ich glaube, ich hab Deutschfall! Stehen Sie bitte weg von mir! Ah, Hilfe! Ich sag's dir dein Mikro so übersteuert, hört sich die Stimme an! Du bist überlaut und sie ist überleise? Ja, irgendwas... Und bei mir seid ihr alle überleise! Ach, hopp! Digga, das ist nicht aushaltbar! Ich find's eigentlich ganz witzig! Wettkuchenwelle! Aua! Ja, okay! Ich hab'n Tiritus dann auch! Alter! Also ich bin übrigens Lara, hi! Lara und Felix sind hier an Bord! Ja, genau! Kommen ursprünglich aus Thüringen, wohnen aber jetzt in Leipzig! Ja, die Ratten sind ins Südviertel gezogen, zur Linken oder? Ja, wir sind die linken Ratten! Aus Leipzig! War das nach Connewitz oder was? Ja, fast! Daneben! Eins daneben! Mein Erfurt hat doch schöne Ecken! Zum Beispiel Erfurt-Rutterberg soll sehr schön sein, hab' ich gehört! Was geht das, du Jungs? Das ist geil! Britta-Red Mountain! Hallo! 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 Junge, guck auf die Straße! Genau, du! Mit deinem Käse im heißen Bein! Ja, wirklich! Sonnig warm! Sexy! Sexy, wirklich! Sehr, sehr unterm! Ja, oh mein Gott! Ich hab' das so was machen, wo wir eine Abenteuer irgendwie... Oh ja! Oh, ey! Höck dich! Oh ja! Oh-ho-ho-ho-ho! Von Wobers nächstes, Felix! Ja, ich hab's noch gehört! Boah, Leute! Ich fahr' ich gleich rein hier! Aber ich hab' Angst, in der Fabi zu fahren, ein bisschen so... Also schon ein bisschen! Ach, Schatz, fahr' jetzt da! Ja, wirklich! Ich fahr' doch! Ich fahr' nicht! Ich kann nicht schneller fahren als er, verdammt nochmal! Ach, ich hab' jetzt gerade ganz gecheckt! Weißt du, was da an der Altmannstraße abgeht? Ja, da wurde jemand den Arm abgetrennt, aber das war nicht so schlimm! Nein, da wurden komplette Mülltonnen voll angebrannt und alles mögliche! Das ist jetzt schlimmer! Das ist in jeder normalen Großstadt so! Aber das ist jetzt schlimmer, als jemand den Arm abzutrennen! Ja! Ist klar, okay! Das ist sehr interessant! Ey, du schreib' aber ja auch gerade schon über... Ja, ich muss mich irgendwie anpassen! Meine Ohren hören nichts mehr, seitdem Fabi einmal das Mikrofon benutzt hat! Ha! Aber gut auf jeden Fall, dass Erfurt schon mal ein weltweit bekanntes Viertel hat! The Red Berg! The Red Hill! Weißt du, das ist international! Wirklich? Was? Nein, natürlich nicht! Weil du das eben gesagt hast mit dem Red Berg, weißt du? Red Mountain? Genau! Red Mountain! Das heißt, es ist jetzt so was Internationales, weißt du? Ja! Da war sogar einer mal hier bei RTL 2 hier, die irgendwie... Texas oder sowas! Hör mal nicht mal Feierabend hier, Tue! A, B, C, D! Haha! Ja, aber eigentlich, ich hör' dich, also am angenehmsten eigentlich... Ich schrei' gleich so, ich sag' dir das! Ja, irgendwie alles... Oh! Was geht denn hier ab? Na Fabi, kleinere Blinker hast du irgendwie auch nicht gefunden, oder? Ich wollte grad sagen, kleiner gehen sie wirklich nicht! Alter, die sind ja... Das kratzt am legalen Rahmen! Oha, Alter! Guck mal, wie klein die Blinker sind! Die sind ja richtig süß, die will ich auch anfassen! Was macht er jetzt? Oh mein... Eier! Eier richten! Weil eigentlich eher in dieser Jogginghose, gell? In so einer Lederkombi... Das ist viel schlimmer! Ja gut, wenn man eine Frau ist, ne? Hat man die Probleme nicht! Das Schlimmste ist, wenn du auf so einer Ampel zufährst und du siehst, wie da grad irgendjemand hinsprintet und ganz schnell diese Knöpfe drückt und du betest zu Gott, dass es nicht rot wird und du es grad noch so drüber schaffst. Das ist eigentlich der geilste Moment, den es gibt, ne? Schön, ne? Wir fahren jetzt zu einem East District Videodreh! Heute am Start sind viele Jungs und Mädels, die sich bereit erklärt haben, uns zu unterstützen, mit dabei zu sein. Wir fahren gleich auf ein Flugfeld und treffen die Jungs und Mädels gleich erstmal bei Klöbus, ne? Der Jungs, ihr seht, ist vor uns schon dabei. Und wir haben noch einen Special Guest am Start. Haha! Der ist schon ein bisschen weiter weggefahren, aber... Wuhu! Wir werden gleich sehen, was das für eine verrückte Sau ist, die hier mit dabei ist. Geil, Junge! Ich freu mich! Seid gespannt! Es wird cool! East District hinter den Kulissen beim Videodreh! Let's go! Wuhu! Wir schleichen uns jetzt an und lenken Jungs ab. Jetzt schleichen wir uns an. Pass auf, was gleich passiert. Hey, guck mal da! Ahahahahaha! Es funktioniert nicht! Wie geht das aus? Achso, von oben nach unten. Bäh! Ich würde gar nicht klemmen. Oh ne! Genau, ey! Zu so welchen Tagen, wo es stressig wird und man nicht pünktlich wird, da fahren dann so Schleicher vor einen rum. Und hier aufpassen, dass du hier keine Oma mitnimmst. So! Jetzt müssen wir mal gucken hier. Hey! Oma! Hahaha! Hallo, du verrückter Wikinger! Geil, Jungs! Das sieht doch gut aus. Es sind doch ein paar Leute gekommen. Haha! Moin! Schön, dass ihr da seid! Hallo! Moin, Tim! Moin! Ah, da kommen noch welche. So, ab geht's hier! Ab geht's! Hier sind die ganzen Jungs und Mädels. Haha! Geil, Junge! Ein Pause gemacht und die Jungs und Mädels sind dabei. Fett! Ey! Ich hab den Ostdeutschen Trevor getroffen! Hahaha! Jawoll, alle haben einen Start! Geil, Alter! Oh, ist das cool, Mann! Hihi! So, wir haben Simson an Bord. Das heißt, nur 60 fahren. Hoffentlich finde ich jetzt diesen Flugplatz, wo wir hinwollen. Nein! Weil ich war da zuletzt vor anderthalb Jahren oder so. Hoffentlich klappt das, Alter! Die ganzen Leute eben schleppt auf. Geil! Geil! Wuhu! Wuhu! Haha! Haha! Die ganzen Sportler müssen schleichen! Hahaha! Hahaha! Scheiße, gell? Für Supersportler! Hahaha! 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 Also, Supermoto kaufen! Ich hab schon meine Seile bestellt im Kopf! Hahaha! Nein! Hahaha! Das ist rein! Hahaha! Hahaha! Das ist rein! vais y